Die Stapfer Stiftung Horgen bietet im Zentrum von Horgen 1,5 bis 3,5 Zimmerwohnungen für ältere Menschen an. Herzlich Willkommen! Wir lassen uns von der Philosophie leiten, so viel Sicherheit wie nötig, so viel Individualität wie möglich. Dank einer stationären Pflegebewilligung und durchdachter Infrastruktur ist es auch im Krankheitsfall möglich, in der eigenen Wohnung zu bleiben. Ob Einzelpersonen oder Paare, die Stapfer Stiftung verfügt über passenden Wohnraum für verschiedenste Anforderungen. Privatsphäre in den eigenen vier Wänden, gelebte Gemeinschaft in den öffentlichen Räumen. Damit gelingt es uns auf einzigartige Weise, unterschiedlichste Bedürfnisse abzudecken. Unser qualifiziertes Pflegeteam ist rund um die Uhr im Einsatz. Menschen mit höheren Pflegebedürfnissen werden in der eigenen Wohnung kompetent und einfühlsam gepflegt und bei Bedarf in der internen Tagesbetreuung umsorgt. Das hauseigene Restaurant und das Café sind ein Begegnungsort in gefälligem und gepflegtem Ambiente. Unser Küchenteam verwöhnt unsere Gäste mit gesunder, abwechslungsreicher Kost und geht selbstverständlich auch auf persönliche Wünsche ein. Diverse Zusatzleistungen wie Coiffeur, Fusspflege, Massage und hauswirtschaftliche Dienstleistungen stehen allen Gästen auf Wunsch zur Verfügung. Grosszügige öffentliche Räume für Begegnungen, gemeinsame Aktivitäten und kulturelle Anlässe bringen Vielfalt in die Freizeitgestaltung. Und natürlich bietet der nahegelegene See verschiedenste Erholungsmöglichkeiten. Wir freuen uns auf Sie!